. Was ist denn hier los? Oh, du Chef! Ich hab mit Fritz und Kollegen gestern noch ein bisschen Party gemacht, gezockt und so. Sieh zu, dass du es wieder in Ordnung kriegst. Schnappt ihr einen Besen, oder was? Hier ist ein Paket für dich bekommen. Was hast du denn da schon wieder bestellt? Find ich da nix. Paket? Ich hab da gar nix bestellt. Schau ich da mal rein. Roborock? Was ist das denn? Wie geil! Wie geil! Wie geil! Ein Staubsauger-Roboter! Das passt ja perfekt! Da oben ist ein paar Körner-Bereine. Dann schau mal, was du drauf hast. Ah, da bist du ja! Cool! Mit App-Steuerung! So, bitte genau hier reinigen. Eingegrenzte Reinigung wird gestartet. Boah, cool. Du kannst sogar Hindernisse überwinden. Respekt. So, ich helfe dir mal ein bisschen. Dann ist ja klar, dass du solche Flaschen und Dosen, dass du die nicht aufsaugen kannst. Mh, Salat. Kann man noch essen. Nice. Du hast sogar eine Absturzsicherung. Das trifft sich gut. Der Tisch muss nämlich auch noch sauber werden. So, ich muss hier mal ein bisschen Platz. Aber ich passe auf dich auf, keine Angst. Moment, Moment. Die Waffel esse ich noch. Halt. Da haben wir noch mal Ruhe. Noch nicht ganz sauber. Also ich muss sagen, mein kleines Kerlchen, ich habe dich richtig lieb gewonnen. Weißt du was, du darfst bei mir bleiben. Cool, du hast ja sogar eine manuelle Steuerung. Die probiere ich gleich mal aus. Okay. So, bringst du mir bitte jetzt noch das Leergut weg. Das wäre super. Und vergiss nicht das Pfand. Genau ein Euro. Perfekt. Dankeschön. So, gibt es noch irgendwas, was ich nicht ausprobiert habe. Ah, du kannst nicht nur saugen, sondern auch wischen. Komm, komm, das lass uns gleich mal ausprobieren. So, startklar. So, jetzt einmal feucht durchwischen bitte. Cool. Wahnsinn. Weißt du was, ich habe dich in mein Herz geschlossen. Ich habe dich in mein Herz geschlossen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht, unser Studio mal voll einzusauen. Ach so, bevor ich es vergesse, der Roborock, der kann natürlich auch zeitgesteuert putzen und fährt nach seinen Aktionen immer automatisch zur Ladestation. Das passiert natürlich auch, wenn der Akku zu Neige geht. Ja, wenn euch dieser Staubsaugerroboter gut gefällt, dann googelt doch mal nach Roborock S5 oder schaut unten in die Videobeschreibung. Da haben wir auch nochmal sämtliche Informationen verlinkt. Ja, und ich habe den kleinen Kerl richtig ins Herz geschlossen. Der bleibt jetzt noch ein bisschen bei mir. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.